es ist aber auch langsam heißen also jetzt kommt auch die hitze ja das war ab in die stadt ein bisschen duten müssen vorbereiten und dann sind aber leute auf einmal sind er dort so mal gucken wo ich gleich lande jetzt merkt man dass die sonne von links kommt ich glaube die sonne geht da eine halbe stunde auf mich selber gestellt also normalerweise mache ich auf jeden fall jetzt gibt es tausend aufträge hier auf der linken seite auch eigentlich immer die aufgaben nutzer ein kugler eine seilerutsche und einen gaysia ich gehe eigentlich gar nicht so auf win und alles wenn ich in die top ten bin top 5 ist schon sehr sehr gut eine schrothflinze bitte das ist schon ein stachler noch eine schrothflinze aber das ist egal wenn ich die jetzt nachher verstehe das gute ist wenn man solo spielt auch eine schrothflinze das gute ist wenn man solo spielt der gegner ist weg muss da nicht umkriechen wiederbelebt werden oder was auch immer dann gibt es niemanden hier ist allein auf sich gestellt da gibt es kein 2131 oder sowas da ist immer ein eins gegen eins ich weiß nicht ob ich das brauche alles looten so muss das sein ich weiß nicht dies war das um ein level besser aber ich muss sie aufladen habe ich keinen box hat ohne ich habe noch kein schuld sich ja eigentlich umgekehrt nope einfach mal kisten öffnen fünf höhere kisten öffnen und dann bei dem ersten gegner stärken was kriege ich weiß kalt mir danke für nichts keine tränke keine schuld trink aber man könnte eventuell was knabbern was ist das eigentlich so wenn ich spende kriege ich die dinge oder was ich brauche schild und ich brauche leben ich wollte eigentlich ganz gerne noch die rüstung die festung nicht die rüstung okay die helfe schon tot da wo ich gelandet bin ist absolut niemand gelandet niemand der mich gestört hat so 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 jawohl jawohl da war niemand hier zweimal spray besser als schild schritte der sie sind aber los junge dame hat gut angefangen aber dann schießt sie sonst ist eigentlich ganz gut aus ich habe alles in lila ich brauche in dem er aber schwere scharfschützer wenn man dann einmal verschießt drei sekunden nachladen habe ich auch eine zettel der kann ich schießen machen sie mit ihr kurz war in der schlecht gesnipert und dann anstatt zu schießen lädt er die ich habe doch immer alles nach ja das wird ja das kommt ja die heftige waffen ich mach das jedes mal wenn so kommt vorbei ist dass ich alles noch mal nachlade damit ich nicht wenn ich in den nächsten kampf komme dass der einmal schießt und dann zehn minuten wir machen 20 minuten pause ich glaube dass ich und nichts ändern wird 13 wins werden bleiben und wir holen uns gleich bei rocket league dann bin wir uns 15 28 20 so was ist hier die aufgabe wollen wir eine aufgabe wenigstens das kugler seil rutsche und das würde ich eigentlich auch alles also wir waren zweimal top 15 2 x 30 jetzt letzte runde nur ein kill gehabt wo ist denn jetzt die sache die ich aktiviere nicht schwenke dich mit einem greifhahn schon mal bäumen hier gibt es die handschuhe also kann doch auch mal schild das als war es ist eigentlich besser das zu benutzen und das dann später man nimmt alles was man kann fürs erste ja komm schon ja ist heute ein bisschen wenig hätte wirklich gedacht dass vielleicht so zwei drei leute mitmachen so richtig trupp fortnight im truppen modus oder trio war die ständer unten muss ehe richtung zone da vorne hin oh so zwei mal heilen und dann nehme ich doch lieber die die sixpacks oder die heilung sonst eine vernünftige waffe jetzt muss ich jetzt zu fuß oder was also hat bisschen was von spiderman na denn 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 und weiter geht's wir geschafft wenigstens die aufrabe ich hab dich doch schon vorher gehört und es hat wieder ein bisschen sagt des todes ist hat aber das trug ist aber dann ist es aber dass ich das geschafft habe ja 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 das schaue ich bitte nicht die letzten zuschauer ja es war eben erbärmlich ich hab jetzt gegessen ja sehr gut gut dass wir die das so schnell eingestuft ich habe ja auch nicht viel ich habe auch nicht viel zu bereit also zubereitet sind koch raus also hat noch ich meine fertig gemacht dann können wir auf jeden fall noch zwei runden weil ich spiele ob er was mache ich wenn sie es nicht da ist muss ich das alleine zu ja kann ich sagen bis dahin werde ich mich nur stummen und sage einfach dann wenn du fertig okay zu blöd so ein bergchen auf zu weil das problem ist ich wusste siehst du schon sagen also hast du gekommen sind es da sieben zuschauer der holt aber ja seine ganze gang ja mittlerweile flach das so ein bisschen ab für mich weil ich habe jetzt alleine gezogen ist gleich wieder am start ist echt spaß gemacht wenn wir zu dritt zu viert gezogen ja einzeln hallo wo sie sein bitte lasst mich doch einfach ich mache mir eine markierung dafür streame ich ja noch für solcher moment jemand da das ist eine gute runde das ist eine gute runde 6 kills ja die kann ich richtig beschließen ja es ist es okay ja gönn dir ich können mir lieber so und 6 pack für später peter koppel sims ja kriegt direkt adrenalin was schlörst du denn da haben wir gelernt nachladen alles nachladen alles nachladen was denkst du denn bitte dass ich hier trinke wein alkohol ich glaube ich verstehe wieso meine streams nicht so gut laufen hüssi ich glaube ich verstehe es Junge es ist alles wirklich gegen einen niedernauf ich ende der hat es nicht weggehauen oder was ich denke die ganze Zeit du bist tot 90 schild wo ist er wo ist er wo ist er ich kann ja nicht mal gescheit schauen man der hat doch von der geschossen oder nicht strom sturmkrankheit was das hallo schieß doch schieß doch der ist von weg da bei mir Wolf töte ihn ja gute Chance dir hast du beide gezähmt da ist einer hinter dir hinter dir hinter dir bei dem Automaten da also nee das ist ein Bot Junge automatisches was habe ich denn eine Ranger ich dachte ob das besser ist du musst jetzt abliefern heilige scheiße vielleicht muss ich das wirklich lass mich doch hier ich brauche noch einen Trank ich brauche noch einen Trank die Sonne kommt man Wolf töte jemand was soll er machen wo ist er mein Wolf ja die sind beide hinter dir da hinten da ist er nein er wird sterben nein das ist in den letzten Moment du wirst es schaffen oder ist er fast tot er ist fast tot zehn Leute noch also neun Gegner das Problem ist oh da ist doch so ein Ding kein Problem genau es ist eigentlich nicht gut sich jetzt so hier zu heilen egal easy easy schön gegönnt jetzt müsste man eigentlich schlau spielen ne und zwar einfach nur warten bis der schlau wie schlumpf ne gehört schlumpisch schlau schlau wie schlumpf schlau wie schlumpf schlau wie schlumpf schlau wie schlumpf so durch oh mein gott Hilfe warte mal ich muss ich nach da ne da bin ich mein Pickup und los geht's in der Rocket League ist 34 und das ist von seit fünf Tagen wenn die Zuschauer da sind sieben Zuschauer oder sowas dann muss ich abliefern direkt Adrenalin kann ich nicht einfach defensiv bleiben weiß ich nicht bist du gleich ready an paar Siege zu farmen aber sowas war ich denke immer die sind überall freut's mich schon während ihr Rocket League spielt werde ich da einfach mal ne Serie weiterschauen oh mein gott nicht dein Ernst doch aber mein Spiel ja du farmst doch meine Karten ja ich hab 8 Leute gekillt ich kann doch jetzt ein bisschen der Kanzler spielen ich hab grad eben paar Puls gemacht die waren alle gewöhnlich alle und scheiß wenn ich Fortnite tatsächlich hochladen auf YouTube dann würde ich eigentlich nur die Runden hochladen die richtig geil sind die davor war ja richtig langweilig 1 Kilo und dreck gestorben naja da sind jetzt aber die ganzen schwitze auf 15 noch da am besten ist eins gegen eins und ich habe irgendwie high ground und ein Sniper dann ist easy wieder einsammeln ich weiß es zu schätzen da war einer da ja aber er weiß jetzt wo du bist außer ist ein Lele dann soll er doch reinkommen schau ob es Treppen gibt ja es gibt Treppen man könnte auch von oben kommen auch 4 ich glaube ich hier verstecke und abwarten 1 in den Chat wenn ich abwarten soll alle 2 anders 0 mein mein lange nicht mehr gesehen minus 2 xand gaming ich habe immer so Angst dass ich Leute umbenannt haben bei wem welchen geben was du da wahrscheinlich mal der mekanne am ende so schocktiv auch magma dann hast du dich umbenannt magma ist da magma ist da klatschen 5 zwei Achso magma 20 20 21 und dann dachte ich 20 22 aber nein muss nicht ganz schön dassama reinschaub drei gegen nach ja solange eher aber ich stehe hier auch wie so ein lecker ich muss vielleicht nach oben und dann vielleicht versuchen zu hat sich ja an wie ein sehr durchdachter plan das problem ist wenn man jetzt stress macht dann ich bin golden wollen wir wollen alle mich tot sind wir wollen mich alle tun sind also ich finde jetzt wenn man acht kills gemacht hat und gut durchgekommen ist gute waffen hat und alles wo hier könnt ihr mich nicht sehen das heißt wenn einer von oben kommt kann ich immer noch hier links rechts und hier kann ich links rechts aber ich würde da war jemand aber die betteln sich auch nicht weiß wenn ich jetzt stimmung machen würde all auf mich ich werde sowas von fein das war die über die er hat irgendwas da weiß ich nicht dass ich da bin ja ich habe vorhanden erst seit letztes ich muss ich muss eigentlich voll aufs ganze gehen wenn er gleich zwei gegner wenn sie sind ja sie kämpft gehen nach unten der letzte ist übrig aber vorher sein nein was hat wie hat der bücher da erwischt direkt in den hoden sack aber gute runde kommen und das ist das ärgert mich wirklich ich wollte schnell dahin hatte sich gehalten oder sowas der war doch noch angeknackst ich habe ja noch auch erwischt ich habe versagt aber wenigstens ein bisschen was geboten also die ersten runden waren ja eigentlich euch da zweite runde direkt gestorben bin und dann wieder gestorben sogar die aufgabe geschafft weiß ich bin von baum zu baum habe ich mich da gehangelt ich bin ich will ich muss mich umziehen ich muss mich um ok einfach 2,5 jahre in zehn wort stein was 2,5 hier magma folgt mir schon sehr sehr lange das ist ja so ein og von damals bevor ich aufgehört habe und dann wieder angefangen habe und zwar ich bin der feuer typ das ist glaube ich gut oha auch so ähnlich der der ist sogar eher og weil er aus season 7 war also wirklich nein nein magma nicht nicht magma sondern magma 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 ich bin ready wir rocken das jetzt spiel ich bin ich bin warm gespielt okay ich nicht es kann sein dass du immer also bis ich mal ab und zu mal so ein bisschen vorbei vorbei gekommen was hallo gesagt das bisschen zugeschaut und dann warst du weg ja es war damals noch wo ich wo ich äh animal crossing gesorgt habe und alles das war noch dieser zeit wo ich auch voll voll viel voll viel hochgeladen habe und dann weiß ich dass magma reingekommen ist in den stream gemeint hat junge du hast aber ein output output auf youtube jeden tag ein video macht sie nur was mittlerweile jetzt auch so ist also mittlerweile glaube ich die letzten drei wochen oder sowas naja das weiß ich noch wurde dann reinkam ich muss das ding da zu machen als ob als ob magma wegen dir angefangen hat animal crossing zu spielen oh hallo wissen vorbild natürlich ist er nicht da ich kann eigentlich so viel lästern wie ich will was wie bitte was hat er gemacht scheiße wo hast du mich in enemy crossing reingebracht ja das ist so ja das spiel hat mir tatsächlich zu wenig geboten ist es an sich ja ganz gut aber da auch dieses reingehen und dann die aufgaben ja aber jetzt gab es ja eh letztens scheiße ich habe aufgehört als es dieses schwimmupdate gab wusste diese unterwassertiere noch unterwassertiere bekannt als fische ja das overlay und sowas habe ich immer noch kann ich immer noch stand dann spiele es mal wieder ich habe ich da bock da können wir es nicht privat spielen muss denn alles gespielt werden ich bin immer noch auf der suche nach dem spiel was gut ankommt selbst rocket league kommt nicht wirklich gut an obwohl sims die hammergale tode macht also was er für tote macht ja nur stumblegeist kommt wo dann bei den kids selbst sammelgeist heute schwach spielen sie apex sicherlich nur weil ich heute älter geworden bin weil ich so ein alter sack bin oder was und valorant noch schlimmer also apex valorant sowas zock ich nicht auch nicht privat also es ist ja auch die frage ob man sowas dann vielleicht auch streamt aber ich zock sowas auch nicht privat valorant weiß ich nicht und apex legends weiß ich gar nicht was das für ein spiel ist also vom hören ja aber jetzt vom gameplay was es für eine art ist weil wenn du wälder und spielen würdest wäre deine community toxic es war genauso wie in league of legends wir wollen die liebe ja kommentiert werden es um alles bist du eigentlich da wo ich bin auch ja natürlich bin ich da wo du bist aber auf jeden fall hüsey ist heute am start es ist ja einer der denn für nicht supportet also spiel technisch ich verstehe nicht wie soll man das ja haben muss auch nur ich wollte drei stück haben aber du kannst du so oft auf räume und dann kannst du dir weh tun ist ja langweilig und unnötig vor der ziemlich normalerweise auch nicht das ist heute nur wegen king's birthday my birthday party aber sonst wird das auch streamen hatte ich vorgehabt aber auch hier die sunden die letzte war okay also ist natürlich schwachsinnig wenn man sowas streamt und dann stirbst du direkt weißt du zehn minuten vorbereiten es ist einfach nur skill ja die letzte habe ich kurz weg verlangt ich bin ein typischer kartentyp spielen der so endlich mal kosten wie ein beispiel es ist viel noch ohne wir hätten heute noch spielen können aber das problem ist hätte ich jetzt nur spiele genommen die man community mäßig spielen könnte so was muss ja nicht nur bei deinen birthday streams kommen das kann ja auch so kommen einmal im monat hallo 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 wieder hier rum schreit kann man den muten dafür ist ja der volkstag ja da dafür ist ja der volkstag da eigentlich normalerweise am ende des monats und den gibt es auch schon seit jahren ja weil es die streams auch seit jahren nicht gab aber okay ich könnte jetzt davon ausgehen 2 august ist quasi das ende des vorherigen monats und ende august könnte man den volkstag machen am ende wie wir es damals gemacht haben mit mario kart ja einmal hat diesmal bitte hat diesmal nicht mario kart sondern was andere ich habe die leute von damals aber enttäuscht größte so was hat füße und silvester wirklich einfach nur und aber mal vier finger 4 finger kann wir kaufen bin jetzt endlich ja aber nur weil man es kann heißt es ja nicht dass man es bist du das ich bin ja panik also welcher skin ist besser der gold oder der hier der hier ich mag generell goldene skins nicht ich wollte einen goldenen haben ich habe extra so eine lackierung gekauft eine goldene ja ich meine goldene damit das alles passt der hat ja auch noch nicht alles ich brauche eigentlich das schwert noch meinen also schwarz feuer hallo warum feierst du hier bist man stirbt man ach du scheiße was nicht los bei dem jungen gibt es in österreich kann der therapieplätze kannst du hier mal ich bin halt schon stand hallo ja trink hast du auch hast du das hier vielleicht noch heil dich kommen das kannst du alles haben das kannst du alles haben ich suche nicht ich finde ganz einfach weil da muss man auch die warsten telepeuten ich bin aber gespannt wie sich dieser monat entwickelt ob ich vielleicht tatsächlich in diesem monat auch mal ein story game anfangen was man auch so ein bisschen ab und an zocken kann und nicht nur als season pässe spiel doch mal so wie damals ich kann mich damals war einfach damals hatte ich kein einziges season pass geben ja war besser so jetzt ist diese sucht da dieser zwang ist zu schaffen dieses ja weil du denn geht 70 prozent daneben ist ranger besser als sturm und außerdem lasse ich nicht in die kunstschule komm mal her wenn du selbst kein bockers auf kunst dann ich habe das auch das game legt bei mir damals war es also damals was ich also muss ich ganz ehrlich sagen das hat ja ein paar leute die zugeguckt haben und alles und dann habe ich auch ein zweimal volkstag gemacht und dann einfach hier ich bin weg einfach es war mir zu viel ich habe keine zeit und alles und auch wenn man es eigentlich nicht so böse meint oder ist es echt also irgendwie ein monat habe ich geschafft habe ein monat geschafft wieder zu streamen mal gucken was auguste macht party aufladbar ist scheiße aber hier ist auch nichts los oder scheint es nicht so zu sein schlafsack aber ich freue mich wenn leute wirklich einschalten dass sie auch kurz mal hallo sagen damit ich auch weiß okay der und er ist wieder da ab und zu gucke ich aber in die lurk liste und vergebe dann das ein oder andere herz weil ich sehe da ist jemand da den ich kenne von damals wo du sein wie du einfach weg ist wenn jetzt irgendwie krieg ausbricht ist schon doch oder nicht ja da wollte 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 ich habe dich gerettet ich habe dich gerettet ich war nicht mehr in seiner nähe aber der wolf war in deiner nähe okay zwei runden diese runde und die nächste und da hieß es wechseln je nachdem wie lange gedauert wenn die jetzt noch 15 minuten dauert dann hat du dich nicht das erinnert mich auch ein bisschen an breath of the wald wo du diese moblins dann kaputt machen red of the wald ist auch so eine sache würde ich ganz gerne stream aber wenn nur sims zuguckt ist ein bisschen traurig ja ich war auch dabei jeden stream dabei jeden stream machen jetzt 40 minuten run ja kommt es kommen ich habe doch keiner wenn ich keine sniper habe bin ich verloren in diesem tag gehen was passiert hier nach der ist keine gute idee das ist keine gute idee mein herr was nie passiert ich brauche hast du einen sniper das kann ich ja auch mal vielleicht die die punkte noch mal überweisen die guten als ja mag mal wenn jetzt anders heißt er muss ja nicht er soll ja einfach nur ausrufezeichen rename und dann seinen alten namen oder so ausrufezeichen rename der alte name und dann haben sie die alle kingcons diese jemals erworben habe ich bin auch und auch die ganzen anderen und die ganzen hallo kann ich kann ich was von ihnen haben doch nichts hat die alte nichts ohne sniper bin ich verloren ich mach wieder das was ich immer so feier was ohne vorher abzuklären wo ich stehe also mit ihm also mit ihm ist es kann ich was wundert dich jetzt an mir einfach was ist für mich ich kann mir das später im stream noch mal angucken also den stream für mich kann die schüsse aus diesem busch hier was kann ich machen kann ja lass bitte kreativ spielen ich habe fast einen win geholt ich bin das glaube ich nicht aber vorhin hat wie gesagt schon seit zwei wochen und drei wochen nicht gezuckt gute drei wochen bestimmt was habe ich denn heute noch hier um zu überleben wie das spiel einfach nicht bereit ist hast du dich auch bereit gemacht ich war ja der meinung dass sie kreativ spielen soll nein ok die sind halb geschmolzen geil ja wie wagt oh ja noch eine können wir kreativ spielen schon vorbei die letzte runde schon vorbei und gleich geht es los bei rocket league da muss ich vollkommen konzentrieren er machte dinge ich mache die punkte und dann wird das was und ich darf das erst mal währenddessen runter aber wenn wir es kribbel spielen da müssen wir sagen müssen doch sechs sieben acht leute mitmachen das ist heftig ein ablachen ich könnte ja jemals in einem anderen streamer gehen und warten bis sie aufhören ich mache es halt ein rate hier her hört sich diabolisch an ist es auch wie bitte was 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 du warst nie in dem plan dabei hallo wohin ich mache es in schule da sind eigentlich nicht alle du kannst ganz ein bisschen fischen kann sich sachen einsammeln und ist eigentlich auch recht mittig von der position her külter taus ist voll hier gibt es im stress kann was hier los ist habe ich keine ahnung hier sind tankstelle ich kann mich auch gut verstecken du bist jetzt mit drin oder nicht wieso bist du nicht mit drin ja weil du in dem game drin warst und dann bei aufbereit gedrückt hast was ich einfach hintergangen einfach lost entschuldigung hallo bauen ohne bauen du aber du bist auch bei vollgeist dabei sind oder sicherlich wenn nicht ohne erde ja er schreibt doch eh ja sims für beste oha das heißt wohl nein oder was da unten sollte ich eigentlich noch pancakes haben ich hätte schon bock dir zu fressen eventuell was eventuell ja okay Misty ja 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 also ja ja wie Jetzt wurde wieder irgendwas gelöscht. Ich hab einfach nur... die ganze Zeit... ja... lesbigen oder was? Das würde sich wenn dann an was anderes anhören, Mann. Warte, wohin gehen wir jetzt? Ah ja, klar. Wer ist denn Pascal? Kranoha. Das ist ja nicht auf meinem Server. Ah ah. Bei mir ist das Server clean, ganz ehrlich. Wer bei mir Stress macht, fliegt einfach ganz ehrlich. Und Hüsti war mehrfach kurz davon. Mhm. Aber Hüsti ist wie ein verlorener Sohn. Was ist das Problem? Ich kann wirklich dein Vater sein. Warte mal, könnte ich? Könnte ich? Könnte ich. Ich könnte dein Vater sein. Also hör auf seinen Vater. Theoretisch könntest du auch 20 sein, mein Vater. Okay. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Wollen wir das klippen? Damit was für die Ewigkeit haben? Also was ist hier passiert? Ja. Ja. Mich hat gleich ein Turnier und Pascal ist... Okay, ist nicht da. Also warte halt kurz, du müsst die Sprache übersetzen. Pascal ist ein Bastard, der niemand mag. Ja. Das müsst ihr... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Misty meinte es. Ich dachte noch heute, dass immer Leute zocken. Weil es da verschiedene Spiele sind und jeder zu sein Lieblingsgame. Aber weit gefilmt. Selbst Dennis war nicht da. Der eigentlich die ganze Zeit am zocken ist. Wenn du jetzt Discord guckst, der zockt. Warte, ich hab Six Packs. Ja, aber verschwende das doch jetzt nicht. Ich denk doch lieber dich an. Nein. Deswegen bin ich viel erfolgreicher, wenn ich alleine zock. Oh. Junge, was machen sie denn da? Pascal ist eben aufgetaucht. I don't know who Pascal ist. So, die Leute, die jetzt eben zugeguckt haben. Ich weiß nicht, wir waren jetzt eben zehn Zuschauer. Niemand, der sich denkt, oh mein Gott, ist das nice. Oh mein Gott. Oh boy, oh boy. Hm. Hm. Also ich hab irgendwie... ...volle Energie. Ich nicht. Aber scheiß Waffen. Ich brauchst jetzt mal die drei verschiedenen Arten. Maschinenpistole. Schrotflinte. Und ein Schnaiper. Breche Thrun als ob das ne Quest ist. Ich schwöre, mach doch nochmal. Als ob. Ich muss Thrun einfach verbrennen. Ich weiß nicht, woher ich bin. Ich geh nach Richtung... Was ist das in Ordnung? Okay, das ist also die letzte Runde. Wir haben noch knappe fünf Minuten. Das heißt, in fünf Minuten müssen wir uns selber holen. Nein, in fünf Minuten müssen wir einen Win holen. Gut, hier bin ich schon selber auf. Ist das deine Aufgabe oder das ist auch meine Aufgabe mit diesen Thrun? Weiß ich gar nicht. Also ich hab sie jetzt schon mal gemacht. Die hab ich aber auch bekommen. Das war eine tägliche Aufgabe. Ja, Sägeblattding, wenn du Bock hast. Jaaaa! Oh Gott, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das abrichten. Hier hat er was hingebaut. Oh, da drin ist jemand. Komm mal. Achso, das war eine Wache. Egal. Man sollte einfach besser zusammenbleiben. Damit wir zusammen sterben. Schritte sind immer ein bisschen doof gemacht. Ist das ein Gegner? Äh. Ist das ein Gegner? Ist das ein Bot? Bist du das selber? Das ist ein Bot. Ich bin hinter dir. Ja, weil du wieder auf irgendwelche Bots... Voll daneben. Voll daneben. Okay, lass uns Richtung... Äh... In die Zone. Achso. Oder willst du... Geh mal zum Loot Drop. Ich fliege dahin. Ich habe ein Softpack. Dann hebe auf mein Junge, hebe auf. Ich habe ein Kampfsturm gewehrt. Wie ist es denn überhaupt? Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es schlecht? Ja, dann doch lieber eine Schockwellengranate als gar keine. Ja. Ist er noch unten? Ich... Ja, ich habe das vor... Ich habe das noch nicht mal freigeschaltet in der Karte. Ah. So. Nice. Hier ist irgendwie nichts zu holen. Ich habe schon wieder einen Rift. Was ist das denn hier für eine gottverlassende Gegend? Und so. Ach Gottchen. Oh, danke. Hier ist aber auch wieder nichts. Ich brauche eine City. Ich brauche eine sache Gegenstände. Und wie ist das denn? Wie auch immer. Das ist nice. Oh mein Gott. Was? Was ist los? Eine goldene DMR. Und dann kannst du Schockwellen oder sowas Guck mal, ich werde alle wegschneipern, dann zeige ich dir Ich kann dir eh sogar Munition dafür geben 226 Da ist ein Wolf Machen sie doch mal auf Eine Streiker will ich nicht haben Wo ist denn der Wolf? Der muss stets an meiner Seite sein Ich darf mich doch hier nicht alleine bewegen Jemand ist in meiner Präsenz Woher? Ich bin echt immer zu blöd Ja, hier Oh Gott Oh Gott, okay, okay, okay Wir gehen weg Wir gehen weg Sicher nicht Ich hab gesagt, weg hier Okay Hier, wo das Häuschen ist, oder? Nein Alles klar Ey Leute, die ein-, zweimal abtritten Wer macht sie nur? Lass mich doch zuerst mal meine Tränke Die war aufklappen Okay, der kann gut snipern, der ist echt gut unterwegs Okay, alles gut Was, gerade ist die Mof oder 18 Uhr? Junge Admiral ist die ganze Zeit dabei Ich nicht, oder was? Ja, aber der macht hier voll die Mod-Arbeit Warten Und dabei sein Okay, Vater Und du willst mich töten, oder was? Dreckige, ganz ehrlich Er will den Sieg für sich allein haben Na, aber wir machen diese Hunde noch zu Ende Zu Ende? Zu Ende? Es leben sogar noch 28 Ich dachte, dass ich das finde Entschuldigung, der ist ein Hund Dann zähl mich Baut halt aus Geh mir das Ding Als ob ich den nicht erwischt Ist denn das der Hund sich ein bisschen bewegt? Es sind zwei dort Links kommen auch nochmal zwei Die werden richtig gesandwiched Ah, da Die sollen doch nicht zum Loot laufen Diese Snipern ist aber grandios Ich hab den jetzt zwei, dreimal nicht getroffen Oh fuck, der Scheiße Bye bye Boah, wieder Junge, dieser Ding hat jemand 3000 Jahre nachladen müssen Schießt zweimal und muss eine halbe Stunde nachladen Ja, mach dich fest Sieh vorbei, Drecks gehen Schlussflinte, schießt zweimal und laden sechs Minuten Kriege ich einfach kein eins gegen eins immer, wenn man ein Duo spielt oder sowas Einfach nur belastend Dem einen habe ich noch einer mitgegeben Und der andere ist, ist doch wieder Weiß nur, ob sie oben sind oder nicht Ich hab keine Ahnung Links Ah, ist noch ein Händgerätchen Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser Ich will dann einfach eine mitgeben Einfach eine mitgeben Ach, du hast eine Lege Misch, mach ich fertig. Nimm seinen Hut, nimm seinen Hut. Ja, hinter mir, natürlich. So, Spieler melden. Spieler melden. So, Spieler melden. Und zwar mit den Gegnern verbündet. Der, der mich getötet hat. Ganz ehrlich, ist das ein Scheißernst? Ist das ein Scheißernst? Wir müssen auch die Runde zu spielen. Zum Glück, die Mots nicht meine Spiele beenden. Stell dir das mal vor. Kurz vor dem Sieg, zack, beendet.